Was ist das, was ich selber als User bin, die Entwicklung geht eindeutig Richtung Smartphone. Es wird der Laptop nicht sterben, aber ersetzt durch das Smartphone, weil das habe ich immer mit. Und ich würde einfach als Rat geben, das, was ich selber gerne machen würde, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre, das vielleicht unbedingt auf meinen eigenen Betrieb.